heute werde ich mit euch die beiden neuen helden also das kostüm von mere sank und diesen neuen helden ruart nennt er sie anschauen dann werde über meine aktuelle situation reden ich weiß nicht genau was ich vorhaben werde in nächster zeit aber ich das kommt also über mich und über die allianz ja dann schauen wir uns ein bisschen die angebote die es gibt an dann über das aktuelle fiasco von der monsterinsel muss natürlich auch kurz reden na gut beginn wir damit was wie es jetzt bei mir moment ausschaut also ich begonnen ausgelöst zwar durch diesen nerf und dieses update balance update ich glaube letzten montag war das vor neun bzw zehn tagen da habe ich dann ja ziemlich schnell videos rausbrach dazu sondern da hat die einstellung den spielern gegenüber von von den entwicklern das geht einfach nicht tatsächlich dadurch so richtig hin zu hinterfragen bekommen warum ich eigentlich und in meinem umfeld fast alles ist nicht so dass ich da so herausstich also warum ich für dumme helden nicht nur bohr sondern teilweise teilweise um sie spielen zu können 100 euro ausgibt selbst wenn ich gar nicht selbst wenn ich sie schon besitzt warum das sein muss und irgendwie hat ist man dadurch erst licht aufgangen ja das geht ja nicht das kann doch bei einem spiel nicht wie soll man sagen dass er bei schon vorher auch manchmal gedacht aber jetzt wo zusätzlich die firma auf spieler offensichtlich scheißt offensichtlich immer brutaler umgeht mit ihren angeboten mit power creep und jetzt sogar beim nervt die spieler entschädigen hat probiert mit ich meine ich hab's noch nicht einmal da geholt mit diesen dummen büchern da wenn es update now life na egal ich muss es immer wieder herzagen weil es einfach eine katastrophe ist thank you for your continuing support continue to support so also einfach erwarten zusätzlich obendrauf und alle support anfragen von allen spielern sind abgelehnt worden jedenfalls es geht mir nicht darum dass ich jetzt eine belohnung oder irgendwo eine entschädigung kriegen will dafür dass meine meine sternenläufer und meine pfefferflamme genervt worden sind das meine ich das ist nebensächlich es geht mir eigentlich darum mich interessiert es nicht in einem portal da einerseits einmal geld auszugeben um beispielsweise jetzt ihn zu kriegen und dann ziehen und in der situation wo sich in der sehr großer account befindet bringt da nur was wenn er doppelt geprägt ist oder nur dann so richtig und wenn ich den doppelbrechen will muss ich aber 100 euro zusätzlich reinstecken und wie gesagt das ist ja alles unverhältnismäßig wenn ich dann sehe wie andere irgendeine ahnung ein playstation spiel spielen das vollwertig ist um keine ahnung 60 euro kauft und es ist einfach in meinen augen im moment kann ich mir nicht vorstellen wie ich ähnlich weiter spielen soll wie in der vergangenheit ganz schön muss ein bisschen mit nur noch finden es ist bei mir dadurch dass sie bei android spielen so kann ich selbst nicht wirklich geld zurückfordern so schnell wie das eine tourne will aber videos bringen und so aber ganz im moment hinterfrage ich das alles ein bisschen und jetzt schauen wir unsere gesamte situation also gesamt damit meine jetzt einerseits unsere allianz bau mir leid ich bin ja noch gar nicht so lang da weil es eigentlich ist ich habe mich wohl gefühlt und so weiter ich bin vielleicht drei oder vier monate schätze haben wir bin jetzt drei monate jedenfalls haben ungefähr 45 spieler bis jetzt schon aufgehört ungefähr fünf bis zehn spieler haben sich sperren lassen oder sind ganz richtung free to play gegangen und das war dann zu viel andere spieler manche als einige wenige sind sehr wohl noch motiviert die haben dann natürlich auch gesagt in der situation werden sie nicht bei uns bleiben tatsächlich hat es uns jetzt komplett zerrissen die anführerin ist zur zweiten allianz gegangen sehr verständlich weil es bringt eigentlich nichts das so weiter zu machen wir sind jetzt jetzt 18 mitglieder zur zeit wir machen dort jetzt noch diese kiste voll das wird hoffentlich gelingen also ich glaube wir sind vorn gegen a traditions allianz der one family aus korea ich meine schau mal wie es bleibt das ist aber sie haben noch nicht viele angriffe gemacht nebenbei während die dorade könnt ihr euch anschauen wo es zu so als devs stehen eigentlich ganz gemischt ja das ist nicht so spannend ja und dann werden einige spieler von uns von diesen 18 also genau von diesen 18 die dort sind warten noch einmal zwei bis drei drauf dass ihr account gesperrt wird weil sie ihr geld zurückverlangt haben aber noch nicht irgendwie raus gegangen sind oder halt sie warten oder ob was passiert und ja es geht also uns hat sicher stärker getroffen und bei uns haben mehr spieler glaube realisiert was jetzt eigentlich mit dem programm mit dem spiel passiert ist und was von uns erwartet wird wenn man halt ehrgeizig fahren mitspielen will das ist aber abgeschwächt bei vielen anderen allianzen also und so ist es kein zufall dass zum beispiel selbst die eine der größten traditions allianzen seven days debated angefragt hat ob von uns aber spieler vielleicht nicht abfallen weil sie haben auch probleme jetzt nicht natürlich werden die immer voll also ein paar so einen stamm haben sie immer der richtig stark ist account und spieler account mäßig und spielerisch aber offensichtlich geht es aber ihnen schwer jetzt dass sie auffüllen und bei vielen anderen allianzen ist es so ja es tut sich in der vorderen landschaft jetzt immer das gleiche von meinen vielen zuschauern seien ich weiß nicht im schnitt wird so ein video in derzeit 2000 bis 2000 mal angeschaut ich sage einmal zwei drittel davon vielleicht viele spielen gar nicht mehr oder haben nie gespielt weiß nicht aber es ist mir schon klar dass nur ein kleiner teil der zuschauer wirklich halbwegs fahren mitzuspielen probiert und nur für die ist es so ein richtiges problem weil für alle anderen die sind eh schon lang vom power grip aufgefressen worden und sind eh schon lang irgendwo im mittelfeld also jeder der oder weiter hinten der free to play unterwegs ist braucht sich gar keine gedanken mehr machen über neue aktuelle helden und devs wie das da dagegen ausschaut weil es eh schon viel klassengesellschaft worden ist im spiel ich und die anderen in meinem umfeld da weg sagt spielerisch waren halt gewohnt sich möglichst lang nur halt irgendwie schauen wird mit mit häufig überschaubaren ausgaben nur heute gewissen ist man sagen an bereich von den stärkeren accounts zu halten dass man noch mitspielen kann und das bricht eben immer mehr weg und und ja noch einmal dieser nerf manche hängen sie darauf auf den nerf und das ist ja man muss sich auch verstehen dass das gemacht wird ja ich verstehe dass der nerf kommt aber wie das vollzogen worden ist viel zu spät und vorher die spieler alle ressourcen reinstecken lassen diese helden war eine riesen schweinerei und dadurch ist mir erst irgendwie bewusst worden wie extrem wir da ausgenommen werden ich habe bevor ich in passels gespielt habe bei kein einzigen spiel jemals irgendwas für einen vorteil für einen helden oder für irgendwas ausgeben die spiele waren die vorher gespielt waren alle welche die man entweder halt einmalig kauft oder wo es irgendein abbau modell geben hat diese typischen online rollenspiele habe ich ein paar gespielt wo mache ich weiß nicht 15 20 euro im monat zahlt und dann hat aber jeder die gleichen voraussetzungen das heißt am anfang war das für mich riesenüberwindung irgendetwas zu zahlen und irgendwie bin ich rein gerutscht und bin jetzt einer von denen gewesen die jetzt ziemlich viel ausgeben haben und ich habe keine lust mehr drauf und deswegen ich erwarte ich glaube dass wollte scheint in irgendeiner form reagieren wird müssen sie glaube ich fast weil es an allein bei uns aber in den letzten videos auch wieder quasi werbung macht dafür wie man geld zurückfällt jetzt nicht werbung aber angeboten zu helfen spielern die ihr geld zurückfordern wollen von den letzten zwei monaten und ich habe ja ich meine ich kann es nicht genau sagen wie viel jetzt in die denn eine netz selbst call vor den wir nicht geschrieben haben wie viel das ist aber es ist auf jeden fall fünfstelliger betrag ordentlich fünfstelliger betrag der zurückgefordert worden ist und es ist ja nicht nur dieser betrag von den letzten zwei monaten sondern die spieler die das gemacht haben hören ja auf und wenn einer in den letzten zwei monaten 3.000 euro zurück fördern kann dann hätte der wenn er weiter spielen wird auf die ort im nächsten monat wieder 1.500 im schnitt soll er dabei ausgeben und deswegen glaube ich sehr wohl dass das nicht nur bei uns sondern bei anderen allianzen so dass das mal scheint spürt natürlich kann man sagen die haben zahlen von die weiß nicht wie viele millionen euro umso jeden monat aber wir sind ja auch nicht nur wie seine antwort sagen wir die meine zuschauer diejenigen die ihr geld zurückgefordert haben und jetzt teilweise aufhören zu cashen das ist nur ein teil von den von der großen von der riesen spieler community und ich weiß dass es auch in anderen communities und allianzen vielleicht nicht ganz so einen einschnitt jetzt geben hat aber doch so dass das viel ja viele also was ähnliches machen was sollte jetzt sagen ich glaube schon dass du irgendwie das vielleicht im hintergrund das mal scheint jetzt nur diskretiert was wollen sie machen ob jetzt doch eine entschädigung vielleicht noch geben wird dass sie vielleicht probieren manche von den spielern zurückholen ich weiß es nicht es ist nur so dass meines wissens nach noch keiner von diesen spielern der geld zurückverlangt haben und die jetzt eine enorme anzahlen juwelen im minus stehen teilweise ein paar hunderttausend juwelen das höchste was ich gesehen habe ich glaube 600.000 juwelen im minus diese spieler haben bis jetzt noch keine auf also zumindest habe ich nichts gehört davon haben noch keine aufforderung kriegt denn ihre finanz auszugleichen also ihr juwelenkonto und bisher in der vergangenheit wenn sowas war war das ja immer so noch ein paar tagen kriegt man die aufforderung so bitte bis zu dem und dem tag muss ausgeglichen sein sonst wird der account gesperrt lustig auch in einer line gruppe hat jemand geteilt eine stellenausschreibung von small giant und zwar für einen community manager der unter anderem oder gleich als erstes als wichtigste aufgabe wird bla 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 player retention angesehen also die spieler bei laune zu halten und im spiel zu halten das kommt jetzt natürlich zu spät für die welle die jetzt ist wenn der irgendwann in ein zwei monaten angestellt wird vielleicht dann ist das wahrscheinlich für die aktuelle situation zu spät aber ja also ich vielleicht erwarte immer zu viel vielleicht ist ihnen einfach egal aber ich glaube fast nicht dass sie doch eine große anzahl an spielern so einfach weggehen lassen wollen also an spielern die im schnitt im monat heute einige hundert ausgegeben haben und das jeden monat das tut der firma ja viel mehr weh als wenn viele free to play spieler sagen wir halt aufgeben weil weil es mit dem bauer group kann sie mehr macht so wie wieder zehn minuten über dieses thema wahrscheinlich nicht so viel neue informationen braucht aber rein zu unserem status so ist es heute sie schwierig ich weiß noch nicht wie das jetzt weiter mache ihr merkt im moment ist ich bin nicht motiviert für irgendwas zu besonders zu ziehen vor allem oder zu dann vielleicht geld dafür auszugeben umgekehrt habe aber natürlich schon etliche ressourcen auf loger ich habe an also wenn man schaut limit break ich habe etliche alpha äther da vorne gekauft gehabt ich habe etliche normale äther also kann ich nur ein paar helden rauf bringen und wenn ich so lange noch dabei bin und ein bisschen also solange ich eben noch videos mache und so wir ja schon eine ahnung haben davon was passiert das heißt einfach gar nichts dauerhaft auszugeben aber beim spiel zu bleiben ist für mich fast nicht vorstellbar wie gesagt seit diesen zehn tagen habe ich keinen euro ausgeben jetzt schon langsam kommen über die fragen wo ich dann mich entscheiden muss das ist jetzt zum beispiel wenn die neuen besser kommen weil dieser im verhältnis das günstigste eigentlich wenn ich weiterspielen will ohne die dem gegenüber ist meine absolute obneigung jetzt davor der firma nur irgendwas mehr zu geben und das da bin jetzt ein bisschen ein zwiespalt jetzt wollte ernst dabei trotzdem noch anschauen welche angebote es so gibt für die spieler die heute nicht das müssen wir sagen die das die totaler rand das an was das betrifft des geschäftsgebaren und die heute weiterhin Geld ausgeben wollen verstehe ich ja auch prinzipiell wenn jemand sagt das ist mir wurscht ich selbst will meinen spaß haben ich finde nämlich wo ist es da das wollte ich mir nur anschauen bei mir laufen die besser jeweils in zehn und in acht tagen oder so irgendwie aus das ist ja eine verlängerung einfach um 30 tage und wenn man sich das anschaut und durchrechnet ist dieses angebot schon ein gutes wie so oft im verhältnis also wenn man das sowieso kaufen will natürlich nur noch einmal werbung machen dafür dass man das kauft wenn man sowieso machen würde aber wenn man standardmäßig einen pass hat und egal in welcher kategorie was man haben will wäre dieses angebot besser als man kauft ein pass im spiel da haben wir angefangen der pass kostet normal vier euro und da sind 350 juwelen dabei so in der art zieht sich das durch im verhältnis am günstigsten ist wie so oft das angebot um zehn euro ich weiß nicht woran das liegt es muss irgendwas mit einer preiskategorie und vielleicht zusatzgebühren das zahlen müssen an google an apple oder wenn er immer ich weiß nicht was der grund ist aber es sind immer die angebote für 9,99 und für 2,99 sind im verhältnis die günstigsten während die 5,99 und was sonst so es gibt im verhältnis schlechter sind weiß nicht woran das liegt das nicht jetzt kaufe ich das natürlich nicht bin auf jeden fall überlegen wie das für mich weiter angehen soll jetzt wollen wir aufhören über dieses thema zu reden das nächste wo ich mir nicht so sicher bin ist was ich mit dem soul exchange anfangen ich habe gar nicht so viele fünf sternhelden zur zeit die ich nicht an irgendwen schon verdevelt habe könnte aber natürlich viele da freigeben ich werde sicher keine dritte mariana machen ich werde kein kind und in wahrheit kann ich da etliche freigeben damit es ja da sind viele die eigentlich nur dann leveln wird wenn sie ein tolles neues kostüm kriegen würden und ich habe also ich habe lange zeit jeden fünf sternhelden aufgehoben also in einer version aufkommen nur doppelte gelöscht oder halt verlevelt tatsächlich könnt ihr natürlich etliche hergeben und wenn ich mir dann jemanden hol für mich persönlich wird eigentlich nur für nexus hin machen obwohl ich nicht weiß ob ich jetzt wirklich deshalb herauf bringen wird aber alle anderen top hält also meine erste empfehlung normal wächter panther habe ich natürlich schon also natürlich aber habe ich schon wer mich verfolgt und öfters zuschaut wird wahrscheinlich wissen dass ich sie da sind habe natürlich die meisten anderen bringen nicht weiter der einzige der mich sonst weiterbringt wer die insel kurzfristig für meine sternenläufer aber ich bin mir wirklich fast sicher dass das geändert wird dass das nicht dauerhaft die die fähigkeit auslösen wird das heißt ich glaube ich werde ein bisschen freischaufeln und werde mir eine fenex erholen und halt einmal vorläufig so abwarten was passiert jetzt schauen wir es ist es portal herausgekommen von der monster insel und es war im kalender angekündigt dass die monster insel kommt und das ist ja wieder fette watschen für spieler denen das wichtig ist weil etliche spieler schaut haben dass sie jetzt in eine allianz kommen wo sie bei der monster insel ordentlich mitspielen können und aber uns wir werden jetzt nicht auf 18 also ganz sorge hat es uns nicht erwischt wenn nicht ein paar spieler ich weiß ich kann jetzt nicht sagen wer genau und wie viele aber drei vier spieler ungefähr sind in die zweite allianz gegangen von bromilead weil die zweite allianz auf top 10 auf der monsterinsel spielen wollte diese spieler haben dafür auf die kriegskiste verzichtet weil es eben die monsterinsel spielen wollten ist ja für viele unterhaltsam event und dann kommt dann den tag an dem sie eigentlich herauskommen sollte die meldung na ist doch das kommt nur das portal mit dem event verdienen wir nichts nur das portal ist für uns das ware also ja sagen wir mal kundenfreundlich ist was anderes dann schauen wir uns jetzt aber die beiden neuen helden an jetzt haben wir die dünen beschwörung und mehrere sank vorher schon ganz kurz ob du jetzt doppelt welche helden noch ein kostüm brauchen vieles ans net oder elena da habe büros na doch so weg sind doch noch etliche kufu vielleicht aber das wäre für mich einmal theoretisch interessant weil die zwei geprägt kufus habe aber nur einfach geprägt das ist auch schon inzwischen fast zu wenig leider maximal schaden für das kufu da ist also für den da ist du es einfach geprägt zu wenig gut also mehrere sank ist einer dieser helden wo ich mich freue dass sie von anfang an erkannt ob das eigentlich nicht so toll ist wie viele glaubt haben bei mehrere sank für wie sie rausgekommen ist aber manche glaubt das wird der neue mega denkt und irgendwie und das hat sie aber eben nicht bewahrheitet jetzt inzwischen das war noch vor alpha und jetzt mit alpha und ist es natürlich noch viel mehr der fall eben so erhält der über gezielte entweder also entweder schaden oder er hat irgendwas das ein negatives bei den angriffshelden bewirkt so erhält wird von alpha und sehr entwertet das heißt natürlich ist mehrere sankt jetzt nicht mehr so stark wenn man es jetzt anschaut einfach die veränderung zum kostüm hin jetzt ob gesehen einmal von den höheren stats schauen wir uns das einmal an klasse rein vergleich trüde mag ist relativ wurscht der boost wird ist sogar eine spur für die dvw betrachtet jetzt für die dev weil mehrere sank immer so von der ort der eigenschaft hat er für die dv interessant ist da ist eigentlich sogar der special boost stärker weil da haben wir fix um 30 prozent des special gepustet auto hits also slash attacks nennen sie die ja aus der verteidigung die machen nicht viel aus das heißt das ist besser geworden die stats verteilung ist angriffslastiger und das ist es gut ist es schlecht schwer zu sagen es ist natürlich gut wenn in angriffen wo sie einmal auslösen ist über den schaden was machen soll jetzt ist aber dieser schaden so hoch ist er jetzt ehrlich gesagt aber nicht obwohl er erhöht worden ist von der normalen version hat sich an einfach um 50 prozent mehr schaden dort 130 zu allen gegnern und bis zu 250 wenn sie voller am anerbalken ist dort ist jetzt 180 bis 300 und wenn wir zogen im schnitt wird jetzt irgendwas egal 250 prozent schaden machen dann ist es schon für jetzige verhältnis eher schwach macht aber jetzt über die diese neuen dreifach passiv dinge da das gibt es erst mal hat schon einen christlichen fest das habe ich noch gar nicht gesehen das ist natürlich erstärkung da ob jetzt jetzt sollte ich schon interessanter also da das erste mal wenn da hält das jetzt sie erst spielt jetzt gerade auf englisch das ist ja für meinen kanal überhaupt unzumutbar für euch also auf deutsch umgestellt entschuldigen dass das übersehen habe das heißt eigentlich der schaden ja jetzt 230 bis 350 ist zwar verglichen mit vielen anderen wirklich neuen helden ist es nur immer nicht viel aber ja dann das special boost obendrauf so wenig ist es nicht dann kommt oder zu die zusatz chance in dem fall dreimal zu je 60 prozent das müsste jetzt einfach drei mal sechs im prinzip im schnitt 1,8 mal wird die fähigkeit ausgelöst und verursacht noch 70 prozent schaden extra man kann dann ziemlich davon ausgehen meistens wieder nur dieser sand schaden auf gegnern landen ja also trade of verglichen zur normalen version ist reduziert das man alle gegner um 15 prozent gegenüber vorher 20 prozent und die mannere generation wird nicht um 14 sondern nur mehr um 10 prozent herabgesetzt drei aufzüge ich glaube dass die neue wer ist jetzt einerseits logischerweise wenn der kostümbonus dort ist sowieso besser ist logisch aber rein wenn man vergleicht die beiden specials glaube schon dass es neue deutlich besser ist weil ihr gott person helden das entscheidend ist dass der druck ausgübt wird wenn nur das man herabgesetzt wird aber es passiert nicht viel gleichzeitig dann ja hat man halt das angreifen trotzdem vielleicht noch dafür eher die zeit noch was zu kriegen und der unterschied 15 auf 20 prozent glaube wir sollten entscheidender sein weil es in der praxis weiterhin einfach kombo mehr als man gewohnt ist sein wird wenn man jetzt üblicherweise mit den fünf stunden truppen helden spielt die halt mit neuen steinen geladen sind dann wird es keinen so großen unterschied machen ob 15 oder 20 prozent abzogen werden man wird einfach eine vierte kombo brauchen ja ich glaube es ist zu wenig um mehrere sagen jetzt als wirklichen denkt oder wirklich ein der def vielleicht als flanke zu etablieren schon gar nicht aus diesem aspekt den ich sagt habe mit alphadon der halt weiter dadurch können solche orthelden hat sich schwer durchsetzen aber auf jeden fall ist sie deutlich gefährlicher als die bisherige und wenn ich dort schaue interessant ist das portal hat so ist jetzt besetzt ist natürlich über hat man ihop zum glück kostümierte hat bereits in mein account ob sie davor schaue normal kommt theoretisch könnte ich eine zweite leben wenn das nicht so teuer wäre was immer mehr haupt kritikpunkt ist jetzt inzwischen am spiel wenn das nicht so viel kosten wird von helden einsatzfähig zu machen dann hätte ich längst der zweite am start na gut wieder anderes thema für mehrere sagen glaube ich macht es keinen sinn zu pullen also wenn jeder jetzt immer so person portal ich empfehle zu pullen oder nicht weil ich jetzt ein paar mit darauf angesprochen worden bin wieder empfehlung ausgehen kann es geht sich dreht es natürlich um die ressourcen die man schaut setzt bei mir ich habe 32 dünnen beschwörungen offen die werde nicht machen wenn noch mehr sang drin ist und hat da wo ich hatte schon ob da warte natürlich zu auf irgendeinen zeitpunkt wenn vielleicht da hält der mich sonst interessiert drin ist wenn ich sag da könnte ruhig pullen oder darauf verbraucht seire münzen dann meine wirklich nur die die hat ob in diesem portal heute in so einen älteren portal wo viele erbarmünzen haben dort die versperrung ist vorbei ob sehen davon der stimmerschuppe natürlich schon ein sehr guter hält es empfinde violett bots einfach völlig uninteressant und deswegen diese ausgabe von der goblin beschwerung ist uninteressant weil die anderen so selten kommen und jetzt das highlight pfeffer flamme ist nicht mehr so stark wie sie war ich finde es nur immer nicht schlecht ist wie immer gesagt dass sie trotzdem ganz gut ist aber es handeln nicht mehr so viele die man unbedingt braucht beziehungsweise zusätzlich bei mir übrig bin unbedingt brauchen das heißt da hebe mir meine münzen auf also sprich selbst wenn es jetzt hier an den münzen selbst wenn jetzt erzeitl gar nichts ausgibt wenn ich das durchziehen sollte aber beschwerungen in den meisten portalen hohen offen nicht so in der monsterinsel wird dieser neue und da habe ich das letzte mal beschworen im versuch tourer zu kriegen die eindeutig richtig gut erhält ist also schnell hoher schaden ok bonium gehen ist man es nicht ganz so wichtig ist die fähigkeit um 80 verstärkt ist schon gut ich habe jetzt noch karte ihm gesehen mit dem man das vielleicht sonst voraus nutzen kann also für irgendein event oder mythischen die daran oder so habe ich das jetzt noch nicht gesehen so wie das früher mit nur 40 prozent bekendet ja für binget teams war aber so ganz normal als angriffsheldin wenn man nicht ganz starke def helden hat dann ist sie natürlich für die def warum so man sind in der tv aufstellen passt da ja also auf jeden fall top helden bei ihm ist es so an prinzipiell nicht schlecht aber er ist nur dann wirklich gut wenn er recht früh auslöst dann ist er richtig stark wenn er früh auslöst ja wenn man im angriff mit ihm spielt und er verlöst früh aus als mittel schneller hält und zwar noch andere dabei und die braucht man ist die frage ob man da jetzt viel gewonnen hat dadurch dass gott er dabei ist prinzipiell wir auch er so erhält dass er geeignet ist für die def in der mitte vielleicht neues flanke aber du bist du weiterhin alphaton schwächter ist ein bisserl ob jetzt schon wird ein anderer anressiert bin man gar nicht sicher der dezidiert ein anderer hält steht wenn ich dort aktiv ob der eine stirbt oder nicht ich kann es jetzt gar nicht sicher sagen und ich bin jetzt fall zum nachschauen auf englisch bis dort steht vielleicht würde sie jemand im vorbeigehen schnell sorgen so wie es doch formuliert ist bin ich mir nicht ganz sicher also würde er sorgen dass ein tonter anschlag ob kriegt und dann ist natürlich das denkt durch können aber jetzt kommt er neuer hält ruart und das übliche geschwindigkeit langsam und egal was du sonst so steht das heißt er kann nicht in jedem spielformat in jedem normalen krieg kann er nicht gut sein egal was du sonst steht jetzt kommt da weil man natürlich schon angeschaut wenn man es ist ja gehen wir es durch entfernt boni von allen gegnern des vor dem schaden oder vor was er immer sonst passiert ist schon mal sowieso fein selbst wenn dann wenig der noch steht werde ich schon mal für rasch interessant fügt allen gegnern 400 prozent schaden zu der es mit den neuesten stats ist richtig viel wenn wir jetzt drüber schauen noch einmal zum in des portal wird auch kufu war der war ja mal so vor anderthalb jahren ungefähr das benchmark für an helden der brutalen schaden zufügt egal welcher geschwindigkeit und jetzt war doch 450 prozent mit 1190 das sind die 400 prozent mit 104 15 oder wenn ich jetzt das richtige in erinnerung aber das über 1050 sind auf jeden fall mehr und dann beim anderen helden kommt aber sonst noch viel dazu also da ist das ob sie von rest von das von den stats da kommt noch einiges mehr also 1485 das ist viel mehr schaden schon aber das ist der ganze da ist dann noch zusätzlich fügt zu also für zusätzlich zehn prozent schaden pro entfernt dem status effekt zu bis zu 500 prozent gut ob das jetzt so entscheidend ist ob er 400 oder 500 macht natürlich schöner macht mehr und natürlich wird man ihn eher entgegen teams mitnehmen war paar zauberungen zum wegnehmen sein aber da würde jetzt eher das bewerten dass es überhaupt entfernt nicht ob du jetzt zehn oder prozent mehr schaden sein oder nicht weil die verbündeten halten sechs züge lang plus sagen wir 40 bis 60 prozent angriff je nachdem wie viel entfernt worden ist alle verbündeten erhalten sechs züge lang plus 40 bis 60 prozent zweimal angriff das ist ein fehler ist das übersetzungs fehler nur habe ich gesehen vorher auf englisch heißt es zweimal verteidigung natürlich also er kriegt angriff und verteidigung zusätzlich wenn er alle helden alle verbündeten und oben am schluss oben drauf der wirker stellt 1500 verstärktes leben für sechs züge wieder her verstärktes leben kann und so weiter also für die funktion die er ausfüllt ist er richtig richtig stark das heißt er wäre ein top held der in einer stev auf der position einstellen stehen kann auf der position wo bisher oft irgendwelche so helden wie wie heißt das rolle wie louis oder wie schneewittchen irgend solche helden die hat entfernen und dann schaden machen das war immer wieder thema in russia position 1 aber das vielleicht ganz aktuell hast du manchmal sogar wieder ein wiederbeleber stehen kommt adoptives aber prinzipiell ist es auf jeden fall gute fähigkeit auch für die def und mit dem gesamte mit mit so hohen stats mit so viel schaden mit boost überall und leben ist es natürlich für was ganz stark ist für die def in rush und für den angriff ist es natürlich prinzipiell das gleiche die frage ist nur ob man heute unbedingt dann so viel schaden braucht ob das nicht dort wenn man ein bisschen an älteren helden hat der fest zuschlägt ob man jetzt unbedingt genau den neuesten dafür brauchen muss aber die kombination ist eigentlich genial für rush angriffsteam also ich spiele ich spiele normalerweise in kriegen in wasch kriegen zweimal rot einmal mit dem wächter gorilla im kostüm und arme mit gormick im kostüm der idee weiß boni entfernen und die haben aber sonst nicht viel das hat sein im prinzip wirklich fast nur dabei die bonn um boni zu entfernen damit die anderen helden durchkommen und jetzt haben wir uns da im ruhr dann entfernt boni und dann ich weiß nicht sagen wir 450 prozent schaden und alle anderen handern fest dazu und verteidigung und er also für die für dieses relativ gerne einsatzgebiet ist ruhe hat ganz top mit so viel schaden ich rechne jetzt nur mit den 400 prozent auf alle gegner und zwar jetzt nicht nur durch chenend so wie das kufo macht sondern heute wirklich auf alle gegner dieser show auf jeden fall interessant für türme für events je nachdem wie das team hat sonst auch ob es jetzt nötig ist ist immer die frage da pfefferflamme ist nicht mehr überschreibt wird also das war nämlich so normalen schaden überlegen auch bei events und türmen das ist jetzt nicht mehr möglich und da glaube ich schon dass die stärksten accounts wenn sie sich darum streiten jetzt vielleicht auch um türme da ist es schon fortschritt in der praxis geht es doch jetzt sehr viel einfach um richtiger bord erkennen schnell spielen wissen was wann zu tun ist und ist vielleicht nicht der entscheidendste unterschied ob der jetzt erhält 50 prozent schaden mehr oder weniger macht ja also erhält der prinzipiell da war gut gefallen wird der eben manche nischen top besetzt aber in der jetzigen situation kann ich das geben sprich ich werde doch keine erziehungen machen in dem portal es gibt sogar nämlich ganz kurz wenn jemand sehr wohl geld ausgeben wird einerseits ist das angebot so ist auch immer gut treibere frau beschwerungen euro im webshop habe ich sehen gibt es 350 von diesen monster inselmünzen um drei euro das ist die auch was anser 580 so was nahe aber pro beschwerung aber von einem guten portal sowie des hans ist ist es eher unüblich dass es so gut es gibt es fast nie so gute angebote aber eben nicht für mich ich werde jetzt dann das video beenden und mich um den krieg kümmern die lust ist zwar mittelgroß aber jetzt mal schauen vielleicht kriegt die zwar weg und kann dann noch mal die restlichen angriffe ins volle feld machen ja danke fürs zuschauen ich werde ich warte jetzt mit euch gemeinsam und allen anderen ich glaube übermorgen oder vielleicht von morgen überwagen kommen kostüme und auf das portal hätte ich in der zeit wo ich so quasi wo ich noch spendabler in gedanken war weil mich darauf gefreut auf dieses wasser gefreut aber habe ich vor gehabt in dem portal ordentlich zu beschwören ein bisserl beschwören kann ich auf jeden fall und dort weil ich jetzt schauen man es kurz noch an damit ihr seht was ich auf lager habe ich sogar nicht so wenig wie gesagt das an 19 beschwerungen allianz quest 60 astral münzen 97 atlantis 37 herausforderungen dessen immerhin 46 kostümbeschwörungen 27 packt also es sammelt sich natürlich was an ich kann nur ob und zu beschweren selbst falls ich einen längeren pokot durchziehen und aber sehr wohl weiterspielen will na gut bis bald